Hi, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Leroy Pay. Wir heißen euch willkommen zurück zu Yoshi's Woolly Worlds. Wir stehen hier gerade in Welt 3 vor der ersten Festung. Und ich glaube, hier riecht es nach Keksen. Ne, da waren wir schon. Ja, hier gibt es nur Wolle. Ja, Wolle. Monty's Blubberfestung. Na, fällt dir nicht schon was auf? Da sind wir ein alter Boss, der wieder fährt. Man macht Schnuppel nochmal. Der hilft uns. Ich nehme Wassermelonen zum Abwinken. Hitze kann nicht annehmen, kann sich in den Abgrund zu stürzen. Bringt mir irgendwie nichts. Was nimmst du denn? Wir machen mal das. Weniger Schaden. Ist ja noch für einen Level so? Ja, ist nur für dieses Level umsonst. Gut. Monty's Blubberfestung. Blubber und Vollerart. Gibt aber keinen Sinn. Ne, ne. Wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott. Blubberblasen. Blubberblasen. Die Technik. Die Technik. Das war der Hüftschwung. Der Hüftschwung. Schön die Hüften kreisen lassen. Und wir sind hier. Und wir sind davon. Kannst du kaputt machen? Kannst du kaputt machen? Nein. Nein. Kannst du kaputt machen? Aber ich glaube nicht, dass es so ein Vorteil ist, dass wir das machen. Ach, mal. Hier zum Beispiel. Foro. Hier zum Beispiel. Ging mal ein Datt kaputt. Aber warte mal. Was denn? Okay, ich dachte, der macht da irgendwie kaputt. Das geht nicht. Aber da ist bestimmt irgendwas. Immer dein Land. Verdammt. Geht mal kaputt. Das triggert mich jetzt gerade irgendwie. Ah. 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 Jetzt ist Lösung. Hey. Ich habe da unten was gefunden. Ja. Wollen wir weitergehen? Ja. Okay. Ah. Manche Dinge weggeschubst. Blüeblasen. Ah. Ah. Oder die schubsen Milch. Und die schubsen die Auge. Die habe ich getötet. Ist du gar nicht gestorben? Da war das nicht. Ja. Ja genau. Genau. Wollte ich. Vorsicht. Und die sind getötet. Ja. Und mich alles tut, was wir in den Weg kommt. Ich tue da auch alles, was mir im Weg steht. Deswegen tue ich auch immer die straßenseite, wenn ich meine Leute vorbeilaufen habe. Weil sie wahrscheinlich Angst haben, dass du sie einfach tötest. Ja. Dann müssen wir hier sein, was sie alle tötet. Was? Was? Wir haben eine Wolle aufgespießt. Wie kann das sagen? Boah. Blüeblasen. Dieser Sperrgeil da oben muss weg. Der zerploppt immer die ganzen Blasen. Ich habe keine Wolle mehr. Geht nicht. Du kannst die Wolle nicht. Ich werde sie abheilen lassen. Nein. Nein. Ich werde mal. Dann tappen. Das ist ja okay. So geht's auch. Hallo. Lohle. Nein. Nein. wir kommen nicht mehr zurück ich habe ihn gewählt nein 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 blasen die schmecken sauer oder blasen die sauer schmecken das hört sich unangenehm an aber wird immer seifenblasen stecken schmecken das reifen schon mal seit wir vergessen das nicht wo weißen oder verdammt er weiß zu viel musik nehmen wir an herr h töten sie beseitigen ja jetzt muss ich dich erst los werden ich bin ich losgeworden wusste ich habe es gebrochen ich brauche oder fehlen mensch wer warum ist das gesehen ich wusste es was da ist auch noch was ob es auch verdammte scheiße wie mache ich das okay wir müssen hier sogar hoch ein bisschen wie diese in die untergrundmusik von super mario das ist groß bei world hört sich das anders an wir haben doch wohl gespielt okay das ist schon ein paar jährchen her war irgendwann auf der linken seite ja ich finde noch ein herz war das wolle ich sage den mann das wolle die schnappen wohns war trifft mich gefällt ich habe sie also die idee hier die wassermelone einzusetzen ist echt nicht schlecht aber ich habe sie eine gute idee von mir das war eine idee gewesen nein nein ich habe eine zunge nein 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 wir haben eine blume verpasst was ich kriege die krise die letzte wolle und ich habe 20 herzen nein kommt das team ok oh ok 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 Oh ein hat dass das die blume auf die blasen hochgehen das hast du 20 ja ich habe 20 herzen aber dann einer muss ja doch okay okay taktisches teamwork ja geöffnet ein da wir gehen jetzt rein und sagen wir guten tag überfall und dach überfall er sei wohl zu einfach gestrickt um einzusehen wann ihr aufgeben solltet so langsam reicht mir der geduldsfaden ich verstehe es jeder lakai knöpft ihr zusammen mit deinen kumpels diese joshis vor und ohne dass doppelt so groß wie vorher und er hat es einen helden verdammt ich darf jetzt nicht mehr getroffen werden vor sich da ist er also was nicht gesehen kann es war ich schlafe ich mir da ist und tschüss das war ja easy zeit zum tanzen ja wir haben es halt drauf wir haben alle herzen wahrscheinlich nicht alle stempeln dafür uns noch zwei aber wir haben eine wolle es gibt schlimmeres wir haben ja auch schon freigeschleiter das ist das was so was zählt ja wir sind ja die joshis retten also genau von blumen blumen sind lecker ja du hast einen neuen trick anstecker erhalten auch der ist gut machten wir nicht diese ganzen fragezeichen teile frei das ist eine ente flauschvogel flugschule müssen wir noch auf fliegen hier versteckte dinge werden sichtbar ok 5000 ja machen wir machen ich nehme ein ich kann ja eigentlich die schaden den erinnern und wieder mal zu nehmen können wir den nächsten level nehmen weiß man ja nicht mehr ja man weiß nie war ja nur einer kaufen obwohl macht sowieso keinen sinn wir tun uns ja die dinge teilen mehr die punkte richtig ok das sind ja das sollte auch immer ein ding es ja keine schaden werden kann vielleicht gut sein ja die 20 herzen du musst die filme werfen gott das wird gesehen macht die peter wahrscheinlich wieder vandalen wenn die das sieht auf die peter aber da kann ja überall sein hier nicht das weiß man noch nicht wir tun gerade mit lebenden fügel und werfen ja und und ich muss schon immer noch mit lebenden fügel werfen ich würde sogar schon abschießen schießen sie müssen sterben sie können sie können auch einfach sterben was für nutzen haben gar kein genau da ich komme immer raus ich bin gefahren ich habe ich habe ich die gier getötete wer kann mich nein ich ebne die einen weg ich habe es gesehen nein aber ich habe kein vogel mehr hilf mir doch mal ach du bist du lustlos war ja gar nicht ab ich wollte ich damit abwerfen lang lewe der kürt also ja ich kann jetzt mal mit dem ding zu machen das ist ein geschenk das ist ein geschenk geschenke 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 stirbvonnis stirbvögel das ihr vögel manch da ist ein paar kooper den schnappen wir uns das pflanze stimmt dadurch gar nicht also wir müssen dahin da geht es durch das geht durch dadurch da werden im park auf den werfen sondern glaube ich ja wahrscheinlich nicht ich habe mich gibt der mit spustet oder durchgehen werden du gefressen ist als die einzige logische lösung gewesen ach kommandat zeigt sich sogar an was was stempel münzen sind da ist ja interessant da ist ja gut zu wissen dass die kugel das so cool wie du oben lang ich bleibe unten aber das nimmt das vogel ich kann nicht zum beispiel machen nein wir müssen ausspuchen aus nein spruch jeder aus dann kann er noch gebrauchen wir hier zum beispiel verdammt weg ja so viel zum thema so viel zum thema so viel zum thema aber da unten ich habe eine brücke gebaut ich bin ein guter brückenbauer ich habe die mutter getötet und jetzt habe ich den kinder gestohlen der versteckte objekte werden bei uns werden sichtbar gemacht ist egal vielleicht ist da was ja ich habe auch den kopf nach oben gemacht und bin gestorben da warte ich um die idee das ding gesehen du bist du soll ich schon sagen hey das ist eine rolle war schon wolle war ich verlebt mit den füllen kannst du das nicht machen ich will ja meine wolle auf den schießen aber so war ich okay ich sehe ich schon jetzt also voll kompliziert ich weiß es war voll kompliziert das ist eine wolle war ja noch nicht ja gut aber wir haben bis jetzt haben wir noch alles ich bin ziemlich sicher dass wir jetzt noch alles haben oh nein jetzt ist er runter gefallen und ich glaube jetzt ist er tot was so wie peter jetzt von uns denkt okay 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 sagt man hey sonst ist es nicht bei mir bitte haben oh mein gott oh mein gott oh mein gott nein wir haben ein paar sachen verpasst oder ja wir haben glaube ich drei müssen verpasst nein da werden wir uns doch angezeigt wenn wir haben wir daten gemacht ja ey 21 minuten schon wieder gehen vielleicht ja schon wieder für ein weiteres level aber wir haben 20 herzen 1 2 3 4 5 blumen 1 2 3 4 5 wolle ich habe meine strategie gefunden ich meine irgendwie genug punkte klingt ja jetzt habe ich aber verdammt sehr gut nein jetzt feiert er sich selbst richtig egoistisch ja er ist ein egoist neuer joshie zeit zeige ehrlich wir häkeln nicht mal zusammen ist aber das ist der fleisch flausch von joshie wurde wieder zusammengebild den einfach enden denn er ist eine ente was nix labyrinth voller forsten ich will mal ich nehme das hier mal glaube ich so standardmäßig nämlich dass hier jetzt sagen es war immer 8000 juw aber wir haben ja können doch mal gucken wie viel war pro level bekommen damit sich das rentiert dann wird das wieder das letzte level sein wir schaffen immer drei das fledermaus wieso normale menschen einfach darunter warte war doch mal ganz hochmann der grüne 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 einer sein hier ist weg 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 wir haben wir kommen nicht mehr zurück darum ist was waren wollen ja oder so auf mich so stylisch darüber zu nehmen halt ich muss doch nur so stylisch sein auch damit auf mich selbst zu beschießen mal immer da wolle mich dabei zu machen auch damit ich will aber um gerne schon mal weiter nein nein okay ich glaube jetzt haben wir keine andere wahl mehr ja wir sollten hier weitergehen ich weiß noch mal wieder zurück wir kommen nicht zurück da oben baut also wenn er recht gezeigt hat taktische hilfe hat man jetzt trifft dann ausgerechnet nicht da kommen wir nicht hoch warum kommt dann nicht wo ich habe eine idee nein das hat nicht funktioniert so nicht ja sehr gut aber das blinkt noch mal nein das funktioniert sogar los ziemlich richtig dahin ja ja jetzt schon wieder runter ich mich im flug richtig befreit ich glaube das geht nicht ich mal so um links dagegen zu hauen geht aber nicht da kommen wir nicht im bruder ich gebe ich also wissen wir dass wir noch um die hände lang gehen soll man sind ja fast ja das hat funktioniert also wir kommen jetzt so zurück ich habe keine wolle das kann aber darunter gehen und damit ja dann wieder da hoch ich warte hier oben übernehmen das ist jetzt nicht wahr oder wir machen gerade gemacht schließt man dich da hoch ich habe bessere idee ja dann benutzen die genauer ich habe das gesehen sagen habe ich jetzt habe ich es gerochen das zweite hat kann man mal brader vielleicht können wir die piranha pflanze irgendwie erledigen ohne wolle ich nutze ich einfach als lebensgeschoss was da ist nichts können wir sagen das war mir aufgefallen ist was denn die kristalle ja wo stempel dann versteckt sind ein bisschen am leuchten ich weiß wir sind wieder hier ja geile sache ich glaube dann haben das das war aber genug mann auch mehr wollen warum rechts waren wir jetzt naja und unten waren wir auch das sind wir als erstes gegangen aber da unten war da wirklich noch was ich mein ganz ganz ich glaube da kommen wir irgendwie anders sind wir müssten irgendwie anders entkommen geben wir erstmal weiter das ist eine labyrinthe ich mag sie nicht magst du sie ich auch nicht wir haben wir darunter gehen müssen glaube ich mehr werden wir darunter gefallen und hier geht es runter und hier ist ja ein checkpoint darunter damit kommen kommen wir doch wieder kommen da nur drauf und ich bin nach oben machen ja das ist ein bonus lassen sie aber noch nicht reingehen darum ist ein point ich sehe schon das bonus spiel da kommen wir wieder raus das war ich ein guter skillshot da geht es weiter weil hier ist das hier kommen wir aus dem bonus spiel raus das was hier gibt es da oben haben wir auch noch was ja da oben ist wie ich jetzt schon zum dritten mal gesagt habe ein checkpoint ja hier kommen wir gleich und sogar ein geschenk machen wir zu das sind jetzt alle dinger ja einmal und abkacke das ist ja nur sechs stück von dem ist ja ein stempel hier ist nichts passiert also da schon getan und drücken wir mal den gelben da unten dann komme ich zu dem checkpoint ich würde mal sagen wir machen jetzt erst mal ich denke das wäre für alle beteiligten das beste ich will uns zuschaut ob wir sagen ich habe wir sind auf und leuchten also wir sind für joshis die w��smith-ruppen Tu und du du mit du 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 die du du wir haben auch schon mal oder ja dann wollen wir mal auf ein neues nein wir haben nicht wir müssen wieder einsam glitzer max wenn es irgendwo glitzer durch rennen als wäre dann werden wir um besiegt war ja ich habe wollen gefunden ich habe gesagt dass wir hier wieder rauskommen hier ist das große spiel zu ende aber dass ich noch mal eingehen oder sagen wir jetzt erst mal nach links gewicht weiß aber nicht ob wir wieder zurück können einfach durch werden schon alles haben und der letzten worte da kann man bestimmt noch weiter links zum tue hoffentlich gerade moment der pfeil zeigt auf das schloss muss da ja reingehen da sind wir hier richtig aber links da war noch die links hier und später noch zwei warte moment wir haben doch da oben wo wir den schlüssel gefunden haben da war ja auch noch eine tür gewesen aber das ist noch mal eben das spiel reingehen noch mal reingehaut ja nur um zu überblüfen ob wir nichts vergessen haben wir sind auch besiegt bei jeder menge an angestammte aggressionen müssen hier raus und alle krawall und remi der nie haben wir alles dann gehen wir jetzt mal nach oben die türen der selbst von videos und wir uns hinführt der schlüssel ist ja da wobei müssen wir nicht mal sicher bin ich mir nicht aber warte moment du musst den pinkler und so willst du bitte das machst du gut was soll das warum machst du das weil da oben sehen sehen dahin spucken ich bin ziemlich sicher dass da oben was ist was kannst du warum was sehen fledermäuse und eine blume geil das war doch eine gute idee hier zuerst rein zu gehen ja und dann ist dann die eine blume ja ich denke mal dafür ist der schlüssel da muss man allerdings glaube ich natürlich die tür zu gehen in das fledermäuse verdammten ach so wir sind doch drunter das war ja aber kann ich kann nicht beruhigen haben wir alles ja denke ich mal hier lang okay hier kommen wir nicht mehr zurück das ist das so wirst du ja 3 2 1 nein nein und raus hier wir sind einfach die größten naja modus spiel das war jetzt 41 minuten haben alter also 20 herzen 1 2 3 4 5 blumen 1 2 3 4 5 wolle ja perfekt die level habe ich auch keinen bock gehabt ich habe ja auch nicht mein gott aber viel länger als er sein sollte und das spiel ja machen wir es noch ein buchspiel und dann beenden wir den part weil er ging wie lange ging der jetzt 41 minuten das war 15 böse 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 Wallace angefangen niemals nein 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 sehr gut taktik an strategie teilte TAKTIK Strategie ist zu betrügen was betrogen traiter du gerade mal so viele dinger zurückbekommen über ausgegeben haben der letzten level ja sie hat sich doch rentiert ja dann verabschieden wir uns jetzt noch von dieser langen langen episode hier und dann werden im nächsten part 1 9 wird ein neues kapitel geschrieben aber erst mal haben wir fassen das regen aus wolle aus wolle na gut okay wir sehen uns im nächsten part wieder wenn wir dann auf diesen regenbogen gehen aus wolle ja bis dann und schau doch da 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 da